Du bist einer von uns. Hör auf dein Gewissen. Entscheide dich jetzt. Entscheide dich jetzt. Sie werden Jericho angreifen. Was? Wir müssen hier weg. Scheiße. Na los, 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 los. Der ist an der Ersicht. Die Ratten in der Falle. Sie kommen von allen Seiten. Unsere Leute sind im Frachtraum. Das ist ihr Ende. Sie kommen jetzt auch vom Oberdeck. Sie nehmen uns ins Kreuzfeuer. Wir müssen fliehen, Marcus. Wir können nichts mehr tun. Wir müssen Jericho sprengen. Wenn es untergeht, evakuieren sie. Und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum. Die Soldaten sind überall. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen. Das schaffst du nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017